Ich darf Sie alle zum großen Preis von Russland begrüßen. Hier in Sochi, nicht weit von der georgischen Grenze entfernt, bereiten wir uns auf das Rennen vor, das uns 2015 einen packenden Thriller liefert. Eine Kollision zwischen Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas in der letzten Runde sorgte damals zusätzlich für Aufregung. Hoffentlich bleibt heute alles fair. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sochi-Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke, rund um einige der Ausfragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56 Prozent der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Reden wir über Richter. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und Sie gehen dieses Kompi-Wochenende als verdienter Champion an. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht, ich denke nicht, dass Sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pro-Position und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Gasly, Verstappen, Lewis Hamilton und Leclerc. Vettel, Weber, Hülkenberg und Kevin Magnussen. Räikkönen, Norris, Carlos Sainz Jr. und Riccardo. Corjean, Alvin, Devin Butler und Sergio Perez. Straw und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu schauen. Okay, wir haben schon die Strecke gewonnen, also relax und enjoy this race. Ja, aber nicht die Kurzzeit, was wir haben und damit zurück. Herzlich willkommen zum Rennen. Jo, gehen wir rein. Okay, unsere Systeme checken sind gut. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want a nice open right at the end of the lab. Das ist gut, dass die zwei Word Bull dazwischen hängen zwischen dem Mercedes noch. Da kann ich mir nicht mehr mit dem Boden stehen würden am Ende. Hauptsache, wir kommen wieder ein paar Punkte weg. Aber es wird noch verdammt eng werden. Kein Regen. Gut. Sollte So, schauen wir mal auf unseren nächsten Sieg holen, wir haben drei Rennen nicht gewonnen, das müsste Rennen 17 sein, also einmal 14 Saisonsieger, oder 16, 16, dann sind wir mal bei 13, also müssen wir mal gucken gleich, ich habe tatsächlich jetzt nicht drauf geguckt, wie viele Rennen es ist. Das müsste 16 sein, das müsste 16 sein, ne egal, gucken wir danach, jeden VW, es geht nach Japan, oh Gott, USA, Mexiko, Brasilien, dann den Abschluss in Abu Dhabi, aber das, alles ist in Zukunft. Na komm. Ah, da stand scheiße vor Verbänden, da muss man bis hin. Zwei Plätze verloren, wo die kommen, was hat sich im ersten Kumpel wieder zurückholen? So, vorbei, wir gehen, dann wieder vorne. Das ist ein starker Start, gut gemacht. Jetzt wird es noch ein bisschen wegkommen können. So, 13 Rundchen hier an. Ah, viel zu weit rausgekommen. ... So ganz genau absetzen können wir uns auch nicht. So. 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 Und auf einmal wird das Rennen doch wieder ein bisschen spannend. Nach dem mega Abschnitt im Retraining. Das schafft man schon irgendwie. Aber jetzt hat so ein Auto direkt an der Backe kleben. Wir wollen unser Teamkolleg ist nicht in den Punkten. Wir wollen uns vielleicht einen Dicken absetzen könnten. Hm. Reicht nicht für Bottas um vorbeizukommen? Gut. Wird jetzt nicht wieder so ein Rennen wie in Singapur, wo wir das Ding verlieren. Okay. 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 Ja, bitte. Okay. Ja, das ist nicht ein Krisenvorteil. Jetzt kriege ich ihn noch gehalten. Ach, drunten mal. Gut, dass ich Dreck ja nicht ganz so lange. Oh, der Vorderstelle müsste gelb umgewiesen sein. Aber es ist wieder grün, alles gut. Ich bin ein bisschen konzentrierend, deswegen spreche ich relativ wenig, weil ich versuche halt, mich irgendwie dem Mercedes-Benz ein bisschen zu wehren. Weil der schöne ein Teil der Sekunde drum bleibt und mit dem DS hat, ansonsten komme ich natürlich nicht an die eigene schnelle Runde ran. Jetzt fehlt ja noch der Sieg und die schnelle Runde, um das wirklich ein perfektes Rennen Wochenende machen zu lassen. Oder werden zu lassen, so rum. Doch, sind ja nicht unter Druck. Hier kriege ich mich immer ausgerettet. Letzte Kurve. Gleiche Halbzeit. Nachrichten. 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 Hier gibt es ja nicht mehr Ich glaube, es ist ein bisschen weg. So, jetzt kommen wir aber weg, jetzt haben wir über die Sekunde gewonnen, die Runde. Jetzt in die Box, auf gelb gehen und gib ihm. Bis jetzt haben wir uns wehren können, lang genug. Fällt der mal noch weiter zurück, als wirklich ranzukommen. Jetzt gucken wir, ob wir noch eine Runde setzen können. Jetzt, das war eigentlich genau das, was ich meine. Jetzt gehen wir runter auf die Mediums und dann sind wir durch. Okay. Das sind jetzt wahrscheinlich zwei, drei Land, das werden wir nicht verhindern. Oder werden wir nicht verhindern können. Aber unsere Aufgaben können wir machen. Eigentlich unsere Aufgaben können wir machen. Die Seite dritte sind wir immer ja noch fahren. Bo? Das vielleicht steht noch in den Sternen. Jetzt nochmal gucken. So, jetzt haben wir die Box. Bottas bleibt draußen. Hamilton bleibt draußen. Quatsch, wieso ist der Bottas? Das geht rein. Hamilton bleibt draußen. Jetzt kommen wir noch in Sekunden. Schau, gut, der Box ist. Wir hatten genau im Verkehr drin. Auf 9 kommen wir zurück raus an die Strecke. Aber alles, was da vorne ist, ist noch nicht in der Box gewesen. Vier Röntchen noch. Das ist dann noch nicht genau im Verkehr da vorne drin. Das ist dann noch nicht genau im Verkehr da vorne drin. Oh, bitte nicht jetzt von dem Mann aus ein Auto überholen lassen. Jeder Punkt mehr als er könnte wichtig sein am Ende. Das heißt, wir verlieren am Platz gegen Ricciardo. Wir müssen natürlich jetzt auch durchgerollt, äh, durchfallen. Also. Durchgereicht noch in den Hühn. Die jetzt in die Box. Die reichen, haben wir. So, jetzt auch. Hamilton in der Box. Johnson, Norris. Ein Fosinia. Also ein Racing Point. Und davon Renault und Ferrari. Gut, dann ging das gerade so gut. Das halte ich für Gerücht, dass das mir, das ist mir für 2,1 Sekunden sind mehr Botte, das ist nämlich mehr. Uh, aufpassen. Plötzlich irgendwie abfliegen. Ich muss mich jetzt auch mal auf meinen Faden konzentrieren. Ich darf heute 2,5, könnte ich 4 verlieren. Drei Runden haben wir noch. Naja, Vettel ist klar. Interessiert mich aber nicht. Der war noch nie, war noch nie in der Box, genau wie die anderen 3 da vorne. Das ist ein bisschen Magnussen sein, jetzt richtig sehr. Der erste geht jetzt rein, das ist Norris. Mit deiner beiden Herren, Auerweber und Vettel Auer und mich führt Norris. Ne, Magdor ist das schon. Aber wie gesagt, der war noch nie in der Box. Da kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Vorfahre auf heute aus 7,2 Sekunden. Ich gebeсь um die Musik, das ist nicht zu k enacted. Und sie hat noch nicht zu kathy. Ich gebe dann jetzt aus, ich gebe dann zu kathy. Und dann würde ich ja noch mal, ich gebe dann zu kathy. Ich gebe dann hin. Und ich gebe dann. Ich gebe dann noch alles mit dem Kic. So, mit dem Herrn hier vor mir hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht an diversen Rennen Ich glaube in Baku war das Deswegen glaube ich, dass ich da relativ schnell vorbeikomme Das ist es halt, ne? Jetzt stört die R und so Dann kann man hier aber vorbeikommen Und bei der jetzt in die Box gehen wird Das heißt, ich muss mich gar nicht mit ihm rumschlagen Das ist auch gut so Das ist gut Also viel haben wir nicht mehr zu fahren Das ist auch gut So Letzte Runde Boah, der wird wohl ein Hinter dem Main-Renault und hinter dem Main-Ferrari Das, obwohl die eigentlich auf 3 und 4, glaube ich, standen Und dann trennt jetzt wirklich noch die letzte Runde hier vor Vom wirklich perfekten Wochenende Und dann gibt es das Wochenende in Japan Zum 17. Saisonrennen Und da wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen in Richtung Aber wie gesagt Hier, das ist ein wichtiger Sieg Vor allem mit 26 Punkten Paul ist jetzt im Bot, das knallt jetzt nicht noch mal eine Zeit hin Oder ein anderer Letzte Kurven Letzte Kurven Und jetzt haben wir die letzten zwei Kurven Und dann dieses Ding durch Ein mehr als perfektes Rennen Hat was nicht geht Wobei am Anfang was hart gegen Ja, gegen Wotter Wo er dann hinter mir hing die ganze Zeit Aber danach konnte ich mir ja los Jetzt ein kurz von Boxen Dann habe ich ja weg Was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen Es ist eine etwas langweilige Antwort Aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten Und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst Wenn du das Tempo nicht halten kannst Unsere Gewinne heute haben ihr zeigt, dass sie beides kommen Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Sieger-Aero mit McLaren an der Spitze Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung Also Stefan, lass uns darüber sprechen Wir heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages Man kann nichts daran aussetzen, was Giorgio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu werfen Mercedes hat die Führung in der Anrufe genommen Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeisterschaft erwebt Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren Williamson Toast und auch ohne jeden Punkt Sehr gut Und dann war es das mit dem Rennen aus Russland Oder mit dem Rennen-Wochenende Gute Arbeit auf der Strecke Nun zu ein paar Fragen Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen Was hat sich geändert? Ja Das war offenbar ein gutes Triebwerk Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Genau, Team Sport, ja Wow Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ja Ja, ein bisschen Probleme mit der Rathaufhänge Ich weiß nicht, was für ein Zusammenstoß weitermal sogar Wahrscheinlich ziemlich am Anfang, wo ich mich dann doch nochmal durchgedrückt habe Da Angegen Bautas und gegen Kessli Passiert? Egal Na, ich weiß auch Ja, Drehzugammer Tolle Arbeit an diesem Wochenende Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz So Machen wir es so Ja Null Bin zufrieden Das ist natürlich deine Entscheidung Aber ich persönlich würde auf jeden Fall versuchen, mit dem Team zu verhandeln Einen Versuch wäre es ja wert, findest du nicht? So, dann nehmen wir Bautas mal mit dem Teamkollegen und der nächste, das nächste Rennenwochenende brauchen wir, also die Einlassung brauchen wir gar nicht zu machen, weil wir gehen nämlich direkt ins nächste Wochenende, das dann heißt Japan Bis dann